Ein herzliches Willkommen. In anderen Einheiten wurde schon auf die Grundzüge einer nachhaltigen Entwicklung erläutert, weshalb ich diese nicht näher erläutern möchte, sondern nur noch einmal kurz wiederholen möchte. Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung dient dazu, die Bedürfnisse der derzeitigen Generationen zu befriedigen, ohne Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können. Dies beinhaltet zwei wesentliche Konzepte. Erstens Bedürfnisse, im Besonderen die grundlegenden Bedürfnisse der Ärmsten der Welt, denen eine vorrangige Priorität eingeräumt werden sollte. Und zweitens die Grenzen der Tragfähigkeit der Erde, die Planetary Boundaries, die durch den Stand der Technologie und Gesellschaft beeinflusst werden. Es muss daher die ökonomischen und sozialen Ziele in allen Ländern im Sinne der Nachhaltigkeit definiert werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit sind dabei die Umwelt, ökologische Nachhaltigkeit bezeichnet, die Wirtschaft als ökonomische Nachhaltigkeit und die Gesellschaft, die sogenannte soziokulturelle Nachhaltigkeit, sind da als gleichberechtigte Dimensionen verstanden. Wesentlich erscheint mir hier auch noch einmal den Begriff der Nachhaltigkeit hinzulassen. Im Sinne des alten deutschen Wortes meinen wir langfristig wirksam, während die Übersetzung aus dem Lateinischen oder Englischen sustainable oder sustainere langfristig verträglich bedeutet. Für manche eine unwesentliche semantische Unterscheidung, für mich doch ein gravierender Unterschied. Für das Bauwesen bedeutet dies die Anwendung der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung auf den umfassenden Baulebenszyklus. Von der Gewinnung und Aufbereitung der Rohstoffe über die Planung, den Bau von Gebäuden und Infrastruktur bis zum endgültigen Rückbau und der Verwertung der daraus entstehenden Abfälle. Es ist ein ganzheitlicher Prozess zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Harmonie zwischen der natürlichen und gebauten Umwelt, dies bei der Schaffung von Siedlungen, welche die Menschenwürde bekräftigen und die wirtschaftliche Gerechtigkeit fördern. Die Erfassung und Optimierung der Nachhaltigkeit der gebauten Umwelt sowie der zugehörigen Prozesse sollen damit aus folgenden Perspektiven erfolgen. Erstens die Systemperspektive, das ist ein modulares Konzept. Zweitens die sogenannte Lebenszyklusperspektive, zeitlich. Drittens die sogenannte ganzheitliche Perspektive. Hier meinen wir die umweltbezogene, soziale und ökonomische, gleichzeitig und gleichberechtigt auf der Grundlage einer technischen und funktionalen Eigenschaft. Gebäude und bauliche Anlagen prägen mit ihrer Gestaltung und städtebaulichen Qualität die gesamte Umwelt und haben einen wesentlichen Einfluss auf Gesundheit, Komfort, zum Friedenheit und Leistungsfähigkeit der Nutzerinnen und Nutzer und stellen einen hohen betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Wert dar. Im Folgenden sind die Kriterien des nachhaltigen Bauns dargestellt, welche sich in folgende Bereiche gliedern, hier im Diagramm. Das erste ist die umweltbezogene Qualität, die funktionale und soziokulturelle Qualität, die technische Qualität, die Prozessqualität und natürlich auch die ökonomische Qualität. Auch wenn das Ökosystem ein zentrales Schutzgut und der Klimaschutz ein wesentliches Ziel ist, dürfen sich diese Themen bei aller Priorisierung nicht verstellbständigen. Der Beitrag von Gebäuden zu einer nachhaltigen Entwicklung ist eine komplexe Aufgabe mit einem an Wechselwirkungen und Zielkonflikten reichen Anforderungskatalog. Unerwünschte Nebenwirkungen oder Verlagerungen von negativen Wirkungen in andere Bereiche müssen vermieden werden. Eine alleinige Betrachtung, Bewertung und gezielte Beeinflussung von Treibhausgasemissionen reicht damit nicht aus. Bereits innerhalb der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit müssen die Bewertung der Umweltqualität weitere Aspekte mit einbezogen werden. Beispielsweise sind die Menge des radioaktiven Abfalls, der Feinstaub, der Aufwand und die Wirkung der Herstellung von Anlagen zur Gewinnung und Erzeugung erneuerbarer Energien, Auswirkungen auf die Landnutzungsänderungen und Landnutzungsänderungen sowie Biodiversität mitzudenken. Klimawandel ist einer von mehreren Megatrends. Ein zukünftiges Planen und Bauen muss unter anderem auch Antworten auf die Verknappung von Ressourcen, die bereits einsetzenden lokalen Folgen des Klimawandels durch Klimaanpassung, den demografischen Wandel, den Wertewandel, die Digitalisierung und Professionalisierung in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft liefern. Ein Gebäude muss im Interesse der derzeitigen und künftigen Nutz-, Vermiet- und Vermarktbarkeit nicht nur klimaneutral, sondern auch funktional und flexibel, ressourcenschonend und kreislaufgerecht, umwelt- und gesundheitsverträglich, kostengünstig und wertstabil, energieeffizient, flächenoptimiert sowie gestalterisch ansprechend sein. Das Thema der Klimaneutralität schränkt damit die Komplexität des Planens, Baus und Betreibens nicht ein, sondern erweitert dies um einen wesentlichen Teilaspekt von herausragender Bedeutung. Diese Bedeutung leitet sich sowohl aus dem öffentlichen Interesse an einer Begrenzung der globalen Erwärmung als auch aus den individuellen und institutionellen Anstrengungen zum Klimaschutz als Ausdruck der Wahrnehmung von Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt ab. Die Fragen der Auseinandersetzung mit Treibhausgasemissionen und ihren Folgen ist und bleibt damit ein wesentlicher Teilaspekt einer unverzichtbaren Betrachtung der nachhaltigkeitsrelevanten Merkmale und Eigenschaften von Gebäuden im weitesten Sinn. Deutlich wird, dass auch Maßnahmen zur Emissionsminderung einen vollständigen Nachhaltigkeitsbewertung unterzogen werden und die Ziele des Klimaschutzes mit den Mitteln des nachhaltigen Planens und Baus und Betreibens erreicht werden müssen. Es bleibt daher sinnvoll und notwendig, Anforderungen an den Klimaschutz weiterhin als Teil von ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbetrachtungen bzw. von Nachhaltigkeitsbewertungssystemen weiterzuentwickeln, auch im Kontext ihrer Aufwertung und inhaltlichen Verschärfung. Die Diskussion zu Fragen des Klimaschutzes im Bau- und Gebäudereich hat sich jüngst deutlich beschleunigt und die Diskussion intensiviert. Das Ziel in Österreich im Jahr 2040, die Klimaneutralität zu erreichen, stellt die am Bau direkt und indirekten Beteiligten vor die Aufgabe, ihre Anstrengungen zu verstärken und angedachte Lösungen vorzuziehen. Neubau- und Modernisierungsvorhaben, die sich aktuell in Planung und Realisierung befinden, werden 2050 nahezu unverändert Teile des Gebäudebestands bilden. Dies muss bei den aktuellen Anforderungen erneuerbar und Modernisierungsaufgaben dringend berücksichtigt werden. Das Erreichen von Klimaneutralität ist jedoch nicht die Frage des Zeitpunkts, sondern des noch verbleibenden Rest-Treibhausgasbudgets relevant. Wird diese schneller aufgebraucht, muss das Ziel der Vermeidung bzw. des Ausgleichs von Treibhausgasemissionen auch im Bau- und Gebäudebereich noch schneller als bisher angedacht und erreicht werden. Die Transformation, die wir benötigen, bedeutet, dass vom aktuellen Zustand in einen zukünftigen Zustand gewechselt werden muss, in dem Ziele und Methoden identifiziert werden, die die Menschheit befähigen. Es gibt nur ein Ziel, eine schnelle Umkehr, um die Klimaziele zu erreichen, da es nur einen Planeten gibt. Das Ziel ist Netto-Null-Treibhausgasemissionen in der gebauten Umwelt, die auf der COP21 vereinbart wurde. Beachten Sie, dass das Ziel Netto-Null ist. Nicht Fast-Null, Nahezu-Null oder Magma-Null. Net Zero. Alles andere werde unmöglich zu verfolgen. Netto-Null ist das richtige Ziel. Net Zero bedeutet Null. Die Methode zur Überwachung dieses Ziels Netto-Null-Treibhausgasemissionen ist das Lifecycle Assessment, auf Deutsch Ökobilanzierung oder auch Lebenszyklusanalyse. Die Methode lernen Sie in einer weiteren Einheit kennen. Ich werde versuchen, Ihnen ein wenig zu helfen und Ihnen mehr über die Ökobilanzierung zu zeigen. Für das Bauwesen bedeutet dies aber auch insbesondere, das Thema der Klimawandelanpassung verstärkt mitzudenken und einzufordern. Ein Aspekt, dem noch viel zu wenig Bedeutung beigemessen wird. Die Menschen, die wir zur Erreichung dieses Ziel einsetzen müssen und diese Transformation vorantreiben, sind Fachleute, Industrie und Behörden. Aber es sind auch Sie alle die Verbraucher, die jeden Tag bestimmen, was ihre Kaufkraft unterstützt. Entscheiden also auch Sie, wie Sie die Zukunft gestalten wollen. Zum Schluss unserer Einheit möchte ich Ihnen noch drei Strategien mitgeben, die Ihnen helfen können, bei Projekten Lösungswege zu suchen. Das erste in der Folie ist die Effizienz. Das bedeutet günstiges Verhältnis zwischen erbrachten Aufwand und erzielten Ergebnis, hoher Wirkungsgrad, Wirtschaftlichkeit. Unter Effizient wird die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel zum Erreichen des Gesetzesziels bei möglichst geringer Produktion von CO2-Emissionen und Schadstoffen verstanden. Es geht um den Material-, Energie- und Arbeitseinsatz, der notwendig ist, um ein Gebäude zu errichten, beginnend mit dem Verbrauch von Boden und Rohstoffen hin bis zu langfristigen Betriebskosten. Die Konsistenzstrategie, das zweite in der Folie, zielt darauf ab, den bestehenden Bedarf an Ressourcen mittels umweltfreundlicher Erzeugung durch die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und erneuerbaren Ressourcen zu decken. Das heißt, wir verändern in erster Linie die Dinge, wie wir sie tun. Suffizienz, das dritte in unserem Diagramm, bedeutet Hinländigkeit, ausreichend, genügend. Hier geht es darum, unser aktuelles Konsumverhalten von Grund auf zu hinterfragen. Ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht für den Gebäudebereich. Das erste, das Thema der Effizienz ist, ein Gebäude thermisch zu sanieren und die Heizung zu tauschen. Im Sinne der Konsistenzstrategie ist zu erwähnen, dass man gleichzeitig auf erneuerbare Energieträger umsteigen kann, wie Photovoltaik oder Solarthermie und auch auf Wärmepumpen umzustellen. Und das dritte, im Sinne der Suffizienz, bedeutet dies, das Licht öfter auszustalten, Energie zu sparen, aber es heißt auch nicht alle Räume zu beheizen und zum Beispiel auch die Temperatur zu senken. Dinge, die leicht umzusetzen sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.